Wir kommen natürlich alle von anderen Sichtweisen bzw. Informationsguthaben und Bewertungen, was wir als gesund oder ungesund betiteln. Für den einen heißt Süßigkeiten und Fastfood Lebensqualität. Für den anderen ist Gesundheit Lebensqualität und auch der Weg, diese zu bewahren. Ich habe mir damals die Frage gestellt, wie kann etwas für mich Lebensqualität sein oder heißen, was mir Lebensqualität nimmt? Denn sind wir mal ehrlich, meistens fühlt man sich nach ungesundem Essen nicht wirklich gut. Erstens, da der Körper schnell überzuckert oder es zu schwer im Magen liegt, da zu viel gesättigte Fette oder Transfette involviert waren. Oder einfach zu viel Salz und man hat nur Durst und wirkt aufgequollen, vor allem am nächsten Tag. Für mich war es vergleichbar mit einem Sprung aus dem Fenster. Ist sicher sehr spaßig, der Weg nach unten, doch der Aufprall kommt leider immer. Und so ist es auch mit der Ernährung. Der Körper vergisst leider nicht. Die allermeisten sind komplett gesund geboren und züchten sich Krankheiten dadurch an, durch ungesunde Nahrung. Wie es die Sozialisation so gut heißt. Grundsätzlich kann man Ausnahmen machen. Doch mit der Zeit möchte man diese auch nicht mehr so oft, da sich die Geschmacksknosten wieder an gesunde Nahrung gewöhnt haben. Man muss nur einmal damit anfangen und es durchziehen. Synthetische Süßstoffe und so weiter sind für mich schon lange tabu, da diese meine Geschmackssinne völlig aus dem Gleichgewicht bringen. Mir hat damals kein Apfel mehr geschmeckt, wenn ich synthetische Aromen oder Süßstoffe konsumiert habe, die den Apfel imitieren sollten. Heute aber möchte ich dich partizipieren lassen an meinen No-Gos, die mir einfach nicht gut tun. Diese werde ich dann anhand von Studien für euch belegen, weil ich habe mich nicht ohne Grund dagegen entschieden. Und es war sicher eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Wenn dir mein Content bisher gefällt, zeigt es mir sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Oder wenn ihr mich einfach unterstützen wollt, schaut sehr gerne am Ende des Videos mal in die Videobeschreibung und euch dort mal die Fitmacher vor allen Dingen an. Lebensmittel Nummer 1 sind zu viel frittierte Lebensmittel. Frittieren ist etwas völlig anderes als Kochen. Der Unterschied ist die Temperatur. Der Siedepunkt von Wasser liegt bei 100 Grad Celsius, richtig. Das heißt, die Lebensmittel in dem Wasser können nicht heißer werden als 100 Grad Celsius, eher haben sie so maximal 80, 90 Grad Celsius in der Mitte. Der Siedepunkt von Öl liegt aber deutlich über 100 Grad Celsius. Daher passieren dort Reaktionen, die so nicht in der Fülle im Wasser entstehen würden. Eine Reaktion ist die Umlagerung von Fettsäuren. Doch welche Fettsäuren sind das und wo kommen sie vor? Dies möchte ich euch anhand von einem Beispiel mal zeigen, was da genau passiert. Ungeselligte Fettsäuren sind Fettsäuren, die Doppelbindungen tragen. Diese Doppelbindung wird durch einen zweiten Strich gekennzeichnet und sie enthält zwei Wasserstoffatome, auch als H abgekürzt. Das sind natürliche Fettsäuren, wie sie in der Natur vorkommen, wie zum Beispiel in Pflanzen oder Nüssen. Diese nennt man auch die CIS-Konfiguration. C-I-S. Wirkt auf diese Fettsäure jetzt aber Hitze, und zwar eine sehr hohe Hitze, zum Beispiel beim Frittieren, dann dehnt sich dieses Molekül aus, so wie sich alles ausdehnt bei Hitze. Das hat zur Folge, dass sich die beiden Wasserstoffatome immer näher kommen, bis sie sich abstoßen, da sie die gleiche positive Ladung im Kern haben. Und positiv und positiv stoßt sich ab, kennen wir noch vom Magneten. Jetzt folgt das Fatale, denn die Geburt einer jedem bekannten Transfettsäure ist vollkommen. Doch wie sieht denn diese im Vergleich zu einer natürlichen CIS-Fettsäure aus? Man sieht hier, die Fettsäure ist linear geworden. Und zweitens sind sich die beiden Wasserstoffatome jetzt ausgewichen und liegen jetzt gegenüber. So, dass sie sich nicht in die Quere kommen bei der Hitze, in der sich alles ausdehnt. Doch damit dies so passieren konnte, musste die Fettsäure einmal auseinanderbrechen und wieder zusammenschmelzen. Das zeigt klar, dass hier ein neuer Stoff mit neuen Eigenschaften entstanden ist. Die Transfettsäure. Doch was macht diese Transfettsäure eigentlich so schädlich und warum meide ich diese so gut es geht? Diese Fettsäure wird genauso genutzt von unserem Körper, da sie der echten CIS sehr ähnelt. Nur kann sie aufgrund der jetzt linearen Struktur leider nicht die wichtigen Funktionen übernehmen im Körper, wie die natürliche Fettsäure. In dieser Abbildung ist es kurz dargestellt. Es führt in den Kraftwerken deiner Zelle und im Zellkern vor allem zu mehr Sauerstoffradikalen, die zu Zellschäden und DNA-Schäden führen können. In einer Meta-Analyse aus dem Jahre 2021, also relativ aktuell, aus knapp 30 Studien, konnte ein Trend beobachtet werden, dass das Krebsrisiko steigt mit dem Verzehr von Transfettsäuren. Was zu der Abbildung passt, die ich vorher gezeigt habe, denn diese induzieren ja die Sauerstoffradikale. Dann gab es noch eine Meta-Analyse aus sieben randomisierten Studien. Diese kam zu dem Ergebnis, dass der Konsum von Transfetten das LDL-Cholesterin steigen lässt und das HDL, also das wichtige, das gute Cholesterin, sinken lässt. Das ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann in Bezug auf die Blutfette. Wenn man dennoch Frittiertes isst, rate ich immer dazu, viele Antioxidantien zu essen in Form vom Salat. Oder eben auch gute Gewürze, wie zum Beispiel Ingwer oder Kurkuma, sind sehr antioxidativ. Es würde auch Nahrungsergänzmittel aushelfen. Gerade die Kombination aus einem Fett- und wasserlöslichen Antioxidant ist besonders effektiv. Zum Beispiel Vitamin C, wasserlöslich, Kohlen zum Q10, fettlöslich. Oder das Chef-Antioxidant, Glutathion, wasserlöslich oder Kurkumin, fettlöslich. Achtet darauf, diese vor allen Dingen in der liposomalen Variante zu konsumieren, wenn ihr es denn nehmt, denn diese sind wirklich bioverfügbar für den Körper. Kommen wir zur Nummer 2 des Lebensmittel. Ich habe meinen Zuckerkonsum auf ein Minimum reduziert, da ich realisiert habe, wie ich euch gleich zeigen werde in der Studie, dass selbst kleine Mengen schon erhebliche Nachteile für die Gesundheit mitbringen. Das war mir vorher so nicht bewusst. Ich konnte dieses Verlangen gerade nach dem Essen gut kompensieren, indem ich etwas Pflanzenmilch, die auch schon etwas süß schmeckt, und dann noch ein bisschen pflanzliches Proteinpulver dazu, schmeckt ebenfalls süß, ohne Zucker und ohne synthetische Süßstoffe. Das hat mir sehr, sehr geholfen, auch davon wegzukommen. Oder auch etwas Obst. Was sagen die Studien, wie viel Zucker ist noch okay? Schaut man sich diese Meta-Analyse an aus dem Jahre 2015 aus dem BMJ mit dem Titel Konsum von zuckergesüßten Getränken, künstlich gesüßten Getränken und Fruchtsäfte und Inzidenz von Diabetes Typ 2. Systematische Überprüfung, Meta-Analyse und Schätzung des der Bevölkerung zu rechnen Anteils. Wenn man sich das genau anzieht, dann kann man sagen, bei bereits ca. 250 ml eines Softdrinks pro Tag erhöht sich dein Diabetesrisiko um ca. 11%. Jetzt kann man sagen, ja gut, klingt ja nicht so viel. Rechnet man dies aber mal runter, dass nur ca. 10% in den Getränken Zucker ist, z.B. bei Cola, dann reichen 25 g Zucker am Tag, das erreicht man schon mit nur einem Riegel. Denn ein Maß hat sogar 32 g Zucker. Bei einer Dose Cola wäre man schon bei 37 g Zucker. Also auch nicht mal eine Dose. Drei Prinzenrollenkekse sind schon drüber. Also ihr seht, man schreitet ziemlich schnell an diese Grenze für raffinierten Zucker. Wenn 10 Leute jeden Tag eine Cola-Dose trinken, bekommen 2 davon Diabetes. Oder eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Cola-Studien basiert damit. Seine Toleranz für diese Werte kann man erhöhen, wenn man diesen Zucker schnell verbrennt. Z.B. bei Sportlern, die einen nicht allzu Körperverderteil haben. Dort liegt die Grenze etwas höher. In der Studie wurde ebenfalls betont, dass diese Prozente an Diabetesrisiko für den Zuckerkonsum unabhängig für Normal- wie auch Übergewichtige gilt. D.h. für beide. Und dass synthetische Süßstoffe oder Fruchtsäfte keine gute Alternative sind. Lebensmittel Nummer 3. Stark erhitzte Proteine oder Kohlenhydrate, wie z.B. Pommes oder frittiertes Fleisch oder geröstete Nüsse oder Granola kennen wir auch. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Mensch durch seine technologischen Fortschritte, nicht immer Sinnvolles oder Nachhaltiges entwickelt hat. Und sicher auch nicht Gesundes. Röstaromen sind sicher schmackhaft und haben die Zubereitung extrem vereinfacht und verkürzt. Grundsätzlich versuche ich Dinge wenig in Öl zuzubereiten oder nicht zu viel im Backofen zuzubereiten, sondern nutze hier oft die Variante, dass ich eher dünste oder es tatsächlich in Wasser zubereite. Doch wieso mache ich das? Der Grund ist die Bildung beim Braten in Öl oder lange im Backofengaren von AGEs. Advanced Location End Products. Was bedeutet das denn? Es gibt Reaktionen in Stoffen, die laufen nicht freiwillig ab. Da sie von Nachteil sind für das Molekül, aber auch für unseren Körper. Zwingt man dieses Molekül oder zum Beispiel die Pommes oder das Fleisch mit extrem hohen Temperaturen, sich zu verändern, dann hat dies oft negative Folgen. Wie vorhin schon beschrieben, bei den Fetten, Stichwort Transfette, aber auch AGEs. AGEs sind Proteine, die verzuckert werden. Das heißt genau genommen Aminosäuren, woraus Proteine aufgebaut sind. Daran werden die Zucker geheftet. Also nochmals, Proteine bestehen aus Aminosäuren. Diese reagieren mit Zuckermolekülen zu AGEs, wenn sie extremer Hitze ausgesetzt sind. Der Nachteil ist folgender. Die Struktur, die verzuckert wird, verliert ihre eigentliche Funktion im Körper. Denn dies kann auch an deinen eigenen Körperzellmembranen passieren. In einer Meta-Analyse aus 17 randomisierten Menschenstudien, also besser geht's nicht, kam es zu folgenden Ergebnissen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine AGE-arme Ernährung, eine wirksame Strategie zur Verbesserung des kardiometabolischen Profils bei Menschen mit oder ohne Diabetes Typ 2 sein kann. Des Weiteren wirkt sich eine niedrige AGE-haltige Ernährung positiv auf das Enzym Sirtuin 1 aus. Sirtuin 1 bremst die Einleitung des Zelltonus, ist wichtig für die Differenzierung von Muskelzellen und schaltet den Stoffwechsel auf die Fettverbrennung um. Also ein echtes Langlebigkeitsprotein. Und das wollen wir doch haben. Eine AGE-arme Ernährung verbessert auch die Hormone im Körper. Gerade das Sättigungshormon und das Hormon, welches besser ermöglicht, Kohlenhydrate in die Zelle zu schleusen aus dem Blut, auch Adiponecetin genannt. Wir sehen nämlich sehr gut, dass AGEs in Zellen andocken, hier in Rot, und deswegen zum Sterben dieser Zelle führen kann. Wie zum Beispiel Zellen der Bauchspeicheldrüse, welche normalerweise ja den Blutzucker kontrollieren und es gegebenenfalls dann irgendwann nicht mehr tun, wenn zu viel AGEs im Umlauf sind. Das gleiche gilt auch für Nierenzellen. Wie es in diesem Review gezeigt wird, AGEs induzieren oxidativen Stress in jeder Körperzelle. Ich hatte mal eine starke Autoimmunerkrankung. Meine Vermutung war, dass der Auslöser war, dass ich jeden Tag stark gebratenes Fleisch damals gegessen habe, vor knapp 20 Jahren. Als ich damit aufhörte, verschwand die Autoimmunerkrankung. Heute bin ich mir sicher, dass die AGEs einen erheblichen Teil dazu beigetragen haben, dass meine Nierenzellen gestorben sind. Selbst vor dem Schlaf machen AGEs keinen Halt, denn natürliche Atemaussetzer hat nachts jeder. Doch dauern diese zu lange an, kann es zu Schädigungen von Zellen kommen, da sie letztendlich ersticken. Genau das konnte in einer Meta-Analyse gezeigt werden, dass der Trend dahin geht, dass Menschen mit mehr AGEs öfter längere Atemaussetzer nachts haben. Ich fasse mal zusammen. Wenn du etwas weniger den Backofen benutzt oder frittiertes oder gebratenes in Öl zu dir nimmst und stattdessen mehr dünntes oder auch etwas mal im Wasser zubereitest, nimmst du automatisch weniger Transfette zu dir, die sich negativ auf deine Blutfettwerte auswirken und auf dein kardiovaskuläres Risiko, genau genommen Erkrankungsrisiko. Raffinierter Zucker erhöht dein Erkrankungsrisiko leider schon in kleinen Mengen und sollte so gut es geht mit Früchten ersetzt werden, aber nicht mit Fruchtsäften. Synthetische Süßstoffe sind keine Lösung, da sie die Hormone im Körper unnatürlich verändern. AGEs entstehen durch extreme, erhitzte Lebensmittel wie proteinhaltige oder kohlenhydratreiche Stoffe. Daher, wenn man so etwas konsumiert, sollte man darauf achten, gleichzeitig auch genügend Antioxidantien zu sich zu nehmen, in Form von Nahrungsergänzungsmittel oder reichlich frischem Salat auch dazu, zum Beispiel auch mit Paprika, dieser enthält natürlich sehr viel Vitamin C. Was konsumiert ihr davon noch sehr gerne? Verzichtet ihr schon auf einiges? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, ich freue mich über deinen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.